hallo herzlich willkommen zu einem leuten fest schützt bei uns auf dem channel wie es leicht zu sehen können spielen wir heute graveyard keeper genau was muss man da tun man muss ein friedhof verwalten wer hätte es gedacht aber gedacht man mal das doch mal als random steht auf wenn man gerade schon dabei sind das spielt eignet sich ja eigentlich ganz gut vom prinzip her bisschen ähnlichkeit hat es das radio valley und man muss halt hier einen friedhof verwalten und so zeug machen heute kurzer story es gibt da irgendwie so eine real welt so wie bei uns in real life oder so und das hat sich beim handy über die straße gegangen wurde umgefahren und jetzt muss ihr den friedhof verwalten so dass es so ungefähr die story immer versucht dann wieder zurück zu seinem leben zu kommen weil man zu seiner frau will genau ist muss ich überlegen was wollte ich denn gerade machen technologien man kann ich kenne ein bisschen was forschen und die geht noch mal schützt sich kirchenkeller wie kommt mich in den kirchenkeller die fragen ich würde ich jetzt geht doch irgendwo da schaut könnte weil es hier oben für die tage und die tageszeit gerade so und das sagt halt nicht viel aus hier hier kommen wir noch nicht rein das ist auf jeden fall mein momentaner friedhof den ich habe klein und gemütlich qualität ist bei elf also ganz entspannt ich habe das mal auf dem friedhof ja das haben wir schon ich verstehe das heißt morgen kommt der priester das heißt was könnte ich mich jetzt kümmern schauen mal ob wir noch irgendwas kraften können an sachen die stein schneider habe ich schon ja das dürfte das ding hier sein ich bräuchte halt nicht schnell reparaturwerkzeuge aber ja ich habe kein leben ich wüsste auch nicht wo ich leben herkriege so dann gehen wir noch ein bisschen ressourcen fahren gut diese kann ich eigentlich nicht mir fehlt dazu die mastery dinge da die punkte kriegt man im übrigen durch sammeln und kraften und so ein zeug das heißt die nächste priorität ist erstmal dass ich an das zeug kommen an das ding an die kirche in den keller was ich mich halt noch fragt ist wenn ich jetzt hier das letzte abgebaut habe wo kriege ich dann mehr eisenerz herrn die klingelt hat es bis jetzt auch nicht was dafür lässt wie es ist keine neue leiche da ich weiß ja nicht ob die irgendwie ob es irgendwie sowas gibt wie ja ok kommt einmal in der woche oder so mal zufälliger weise schauen ist nix da ja dann würde ich sagen gehen wir in die stadt oder wäre zumindest eine option außer wir finden npc der heute da ist das ist dieses komische blaue ding schaut nicht so aus als hätte man ein ok dann aber ich mache jetzt ein bisschen holz hacke huah blüde das ist jetzt so hier ein bisschen holz das wollen wir hier liegen weil ich genügend habe ja kraft war ein bisserl was ich bin ehrlich gesagt ein bisschen so ja was soll ich eigentlich machen wo habe ich gestern aufgehört das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr deswegen machen wir jetzt hier einfach scheitler und sowas verarbeiten mal ein bisserl holz warte mal da könnte man gleich mal schauen wenn ich jetzt hier bin was brauche ich hier für 10 holzkeil ein holzbalken ja ok da kommen wir noch nicht ran das einzige was ich weg machen könnte noch ist hier der hier sehe ich das richtig 10 holzbalken 2 holzblanken 4 eisenstücke alles klar ich könnte hier mein lager mal einrichten oder so ja ist ja alles im rahmen des möglichen kann ich irgendwas kochen vielleicht ne schaut nicht so aus hohen aufschnitt arbeit mal ein bisserl und dann gehen wir schlafen gelbe blume ein stein ok so war jetzt das dann leichter priester kommen dann können wir endlich mal hier ein bisschen progress machen progress leiche ist noch keine da ok das ist schon mal gut schauen wir mal ob er schon da ist natürlich ist er das noch nicht das ist ja mal wieder typisch schau mal er kommt normalerweise schon heute ja reich ich einfach den friedhof wir haben elf das passt normalerweise ich könnte hier noch ein bisschen was entfernen noch viel lang brauchen der bisher da ist der hund da ist er jawoll los begutachten mein neues friedhof dann reden wir mal mit ihm so äh ich hab den friedhof operiert hat er wirklich ein richtiger eindruck von dir hier wird man richtig offiziell zu werden dieses heiligen altes anbio diese kirche bereit bitte für die erste predigt vor die worte hier noch die es ist es ist der kreibern der woher die gemeinde wird mehr gemeinde sei so ob ich jetzt hier ein messer halten kann das möge die macht mit euch sein Kirchenbibliothek, das ist schon mal so gut, ich nehme mich für einen Wissenschaftler naja, das werfen wir jetzt weg, das brauchen wir, wissbegierig wie taucht da nicht sogar jemand auf als ob ich jetzt oh Gott okay, hier kann man schon mal nix bauen ich muss jetzt ehrlich, jeden fucking von dieser Lieder an den Sonntagen den Ding halten, der Predigt das ist ja schon ein bisschen lächerlich, muss ich sagen oh, ich nehme das Buch da hing ja nicht irgendwann an der Montenstrecke, ach jetzt kann ich hier die Gegenstände untersuchen alter das ist krass die Frage ist, wie komme ich an Wissenschaft wie komme ich an Wissenschaft das ist jetzt noch essentiell zu wissen, wie komme ich da dran denn, dass ich das nicht garantiert habe, ist es knapp wie komme ich an Wissenschaft Durch die Kirche oder Geschichte habe ich bekommen Ich habe auf jeden Fall keine Wissenschaft mehr und kein Glauben Ich finde das Wesen der Dinge ein Ding Die Geschichte Ich habe dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst, also los Technologien Hat mir im Endeffekt jetzt aber nichts Blaues gebracht Das ist blöd Das war vielleicht ein bisschen unschlau gerade eben von mir Ja, und wie baue ich jetzt was in der scheiß Kirche? Ich muss irgendwie an Bänke oder so kommen Oder am wenigsten Rezepte dafür Könige Spuckweiden sein kann da nur noch und der Könige Spuckweiden sein kann da nur noch und der Aha Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich bin Bürger Ihr seid ja lustig Ihr seid ja lustig Kostet mich das scheiß Ding 20 Silber E Das ist behindert Im Endeffekt bin ich jetzt genauso weit wie vorhin Hat mir so gut wie nichts gebracht Jetzt gerade eben Ich könnte halt in die Stadt gehen und Sachen verkaufen Das ist ja mal eine Option Ein bisschen was produzieren Oder Sachen kaufen fürs Feld oder so Das ist sowieso gleich Nacht Okay, hier ist ein X Das könnte man ja noch machen Wollte mal, muss ich irgendwas craften? Eisenmeisel Wozu brauche ich denn die Meisel? Ich will einfach mal sagen, nicht fragen, einfach machen Das war ein einfacher, oder? Mal schauen, was die mir jetzt bringt So, was kann ich jetzt mit der machen? Nichts Ja, ist ja auch cool Jetzt mach ich mal rein, das mal rein Ich könnte das heute mal weiterverarbeiten Ist die Frage nur, wie komme ich an Wasser Ich hatte da mal einen Eimer Gefertigt ein Handmischer Wie komme ich an Handmischer? Das ist ja dann bestimmt beim Oder nicht Ja, ich könnte halt Waffen erforschen Das bringt mir halt nur nix Ich hätte halt gerne, was nützlich ist Journalist Ich weiß sie Jetzt könnte sie hinten ausgüllen Papierherstellung Das fände ich cool Man kann Bücher schreiben Das ist ja mal cool Jetzt gehen wir nochmal schnell Jetzt Na, können wir schlafen Und dann gehen wir an die Kirsche Weil da muss ich jetzt nochmal was schauen Und dann Muss ich In die Stadt Weil ich glaube Der Kaufmann ist heute Nein, der ist morgen erst da Okay, gut Dann schauen wir nochmal zum Zur Kirche Irgendwann muss ich doch jetzt bestimmt den G freigeschalten haben Wo ich die Mabel craften kann Anders könnte ich mir das gar nicht vorstellen Moment, Moment, Moment Wieso ist der Typ heute da? Ich dachte, der ist in zwei Tagen erst wieder da Ha Okay, das heißt Ich brauche fünf von diesem heiligen Zeugs Damit ich den überzeugen kann Schau mal, vielleicht kann man noch mehr skillen Okay, hier nicht Aber hier, oder? Nee Oder? Nee Ich brauche halt Ja Die Frage ist Wie kommen wir an die Wissenschaft? Ich denke mal Nur durch Messen Das heißt, ich muss ja quasi Wieder eine Woche warten Äh, seelendig Kirchenarbeitsstisch Ich schätze mal Den Kirchenarbeitsstisch Braucht man der Kirche Oder hier Dann also doch Und wieder zur Kirche Und wieder zur Kirche Okay, okay Kirchenarbeitsstisch Die Nägel Und Noch mal zwei komplexe Eisstücke Okay, gut Dann wissen wir das auch Dann craften wir die schnell Dann bauen wir den Kirchenarbeitsstisch Schauen mal, was wir mit dem anstellen können Komisch, dass jetzt noch keine Leiche wieder da ist Ich brauche da wieder eine zum vergraben Wo ich Geld bekomme Ähm Genau, zehn Nägel Und nochmals davon die komplexen Dinger So Hier Nochmal Ich habe die Künste verbrennen Das heißt, ich müsste brennen als Craft Das mache ich später Jetzt gehen wir erstmal in die Kirche Und bauen den schönen Kirchenarbeitsstisch Was auch immer der bringt Ich würde den ja irgendwie Ja, stimmt Geht ja schon So Schweinelederhaut Aus Haut Okay Hanfseil Okay, hier kann ich jetzt Leder herstellen Und das bringt mir genau was Vor allem ich muss das Leder mit Inventar haben, oder? Weil Haus habe ich normalerweise Habe ich eigentlich zufälligerweise Gerade was im Inventar Aha Ich muss Blut erforschen Aber wie? Das ist so belastend Es ist so belastend, Leute Ärgert mich jetzt schon ein bisschen Na wenigstens kann man auch mal schauen, was der Händler morgen zu sagen hat Weil sein Gemüse habe ich ja noch Ja Was mir auch immer die Steinmeißel bringt Und ich weiß es immer noch nicht Ich weiß es immer noch nicht Ich weiß es immer noch nicht ich nehme zusammen schade 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 schokolade so das weizen tun wir hier rein, den Müll tun wir hier rein, können wir den Rest von da unten auch mitnehmen bisschen Baustelle habe ich hier noch, das können wir mal machen man kommt gar nicht durch, das ist behindert das ist irgendwie ein bisschen beknackt aber nur ein bisschen theoretisch könnte man die Haut zu Leder machen, das Leder dann verkaufen ich weiß aber nicht viel Pflicht dafür kriege ich heute ist wenigstens der Händler da zudem müsste man halt schauen deswegen gehen wir mal in Richtung Stadt und schauen uns die Stadt ein bisschen an beziehungsweise ich zeige euch die Stadt zu dem können wir glaube ich auch noch kommen in der Aufnahme sehr schnell genau okay der Händler steht schon da, das ist optimal Schluck auf Gras habe ich tatsächlich nicht gefunden aber hier kriegst du deine Karotten, deinen Kohl und deine Rüben oh Das war's. Boah, ja okay, die Handelslizenz, die ist teuer. Vielleicht kann ich ihm noch sowas verkaufen. Okay, kann ich nicht. Hier ist ein Holzzacker. Das heißt, der muss doch irgendwo jemand sein, der Holz sagt. Das heißt, der mir mein Holz abkaufen würde. Wäre zumindest erstrebenswert. Aber hier schaut's, das ist die Taverde. Gibt's allerlei Leute, die nichts von mir wissen wollen. Den kann ich aber leider auch nix verkaufen. Wir brauchen 20 Silber, 100 Protzen, 1 Silber. Kriegen wir das überhaupt noch irgendwie zusammen? Ohne irgendeine Leiche oder Leichen zu begraben. Weil so krieg ich auch Geld. Das ist schon irgendein bisschen, sag mal mal, Bescheid. Bauer kann man vielleicht den Ernteertrag verkaufen. Da ist jemand, ich will da hin. Warte mal. Die habe ich noch nicht getroffen. Mit dem kann ich auch nur handeln. Keramikschüssel. Boring. Die Frage ist, wo kriege ich das ganze Zeug her? Wenn man mal auf die Karte schaut, mein Abbaugebiet ist ja eigentlich nur hier. Ja, müsste man mal irgendwie gucken. Wenn ich meine Sachen nicht verkaufen kann, dann bringt mir das ja auch nix. Ja, wenigstens. Also komme ich auch an mein Geld. Ich hoffe, der hat genügend. Ich biete ihm jetzt schon mehr an, als er hat. So, ich könnte von ihm 5 Silber kriegen, aber ich kauf ihm natürlich noch was ab, weil sonst... Und er hat genau ein Bronzo zu wenig. Ja, was mache ich jetzt? Hä, wieso geht das nicht? 2, 4, 5. Wieso kann ich ihm jetzt... Hier immer noch Karotten und mein Mehl. Aber ich will ihm ein paar Samen abkaufen. Jetzt komme ich hier auch nicht weiter. So, jetzt haben wir den Profit, den ich anbrülle. Jetzt ist aber ein bisschen Dünger hier, ne? Und pflanzen da ein bisschen was an. Und dann hackt man da ein bisschen Brennholz. Torf ist gut, Torf ist sehr gut. Sindsichtig... So, jetzt... Und jetzt. Hier, wir... Hier, jetzt. Hier, ich bin auch nicht. Hier. Hier, jetzt ist es noch ein Problem. Wie ist es? Das ist es eine Bedeutende. Hier, jetzt ist es für diese Bedeutende. Und jetzt haben wir uns im Klavier. Hier, ich muss das mal verknüpfen. So, jetzt pflanzen wir das ganze schön an und zack, hab das gerade richtig gesehen, wenn ich hier mit dem Torf rangehe. Schade. Ah, da kommt gerade der Esel, der Esel, woran erkennt man ein gutes Spiel, frage ich euch. Und das kann ich euch gleich beantworten, wenn der Esel da war. So, jetzt stoppt jetzt ja gleich die Leiche. Als ob der jetzt halt auf die Straße gekackt hat. Ne, hat er nicht. Auf jeden Fall, wurden erkennt man ein gutes Spiel am kommunistischen Esel. So. Wein haben wir ja nicht. Das Schöne bei Leichen ist, was heißt das Schöne in Anführungszeichen, ich muss jetzt schauen, dass ich die Scheiße hier wegkriege. Ich habe aber noch nicht so ganz durchgeblickt, wie das Ganze funktioniert. Man kann hier Sachen entfernen. Und je nachdem, was ich gut oder schlecht mache, wird halt das ja besser oder schlechter. Das wäre jetzt natürlich optimal, wenn ich genau die richtigen Sachen erwische, damit das ja weggeht. Deswegen fangen wir mal ganz easy mit dem Fleisch an, weil da kann nichts schiefgehen. hoffentlich. Scheiße. Das Blut entfernen. Das Fett entfernen. Gut, das Fett entfernen hat was gebracht. Ähm. Hier ist ein Erztefisch draus geworden. Wenn ich jetzt noch irgendjemandem kriege, dass ich eines wegkriege, kann ich die Leiche vergraben. Deswegen ziehen wir mal die Haut ab. Scheiße. Ricky hat zwar wieder verkackt. Das heißt, ich kann bei der Leiche jetzt auch noch den Rest rausziehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dein Schädel. Ah, leider ist nichts draus geworden. Leider, leider. Und wenn man Leichtverbrennung habe ich noch nicht freigeschalten. Deswegen muss ich diese Leiche jetzt hinter den Fluss werfen. Das ist natürlich blöd, aber... Ach, das ist echt scheiße. Ich weiß nie, ich weiß nie, was richtig jetzt beim Entfernen ist. Das muss ich mir irgendwie mal durchlesen oder so, wenn es das irgendwo gibt. Und... Im Endeffekt versaut man sich doch damit dann wieder alles mögliche und das ist halt scheiße. Ich kann noch ein paar Karotten pflanzen. Schoen. So... Irgendwo hier müsste das doch dann stehen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass sich das nicht stackt, aber den nimm mal mit, der ist so ein Otto geworden. Und geh mal schlafen. An dem Tag war doch jetzt auch immer was, jetzt muss ich grad mal schauen oder überlegen. Wir sind auf jeden Fall noch zwei Tage entfernt vom Gottesdienst. Das ist richtig. Vielleicht kriegen wir das irgendwo weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Leder gebaut. Von dem Leder können wir jetzt Papier machen. Aber an sich bringt mir das Papier ja auch nichts. Das ist richtig. Das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich echt, dass ich da wieder mal zu eifrig war beim Forschen. Da kommt mal ein bisschen Brennholz. Gut, jetzt wollte ich mal schon was nachschauen gehen. Okay, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Hier war mein Bienenstock. Da kann ich aber auch noch nichts mitmachen. Das ist auch noch eine weiße Blume, oder? Ich brauche halt dieses Sumpfkraut da. Als ob es schon wieder nachts ist, aber da das könnte man machen. Nice. Das ist ein Bienenstock gewesen. Das heißt, einfache Eisenbeschläge, die Holzkeile brauchen wir. Und ich hoffe, das war alles. Dann hätte man optimalerweise ein schönes Gebiet zum Erkunden. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch nachschauen. Ach, dinget. Das kommt davon, wenn man nicht genau drauf schaut. Das Problem ist, man kann ja auch nicht irgendwie sprinten oder so. Das dauert alles noch ein bisschen, ein Stückchen länger. Ja. Mensch, ich brauche die blauen Punkte. Blauen, ich weiß nicht, nicht nur die blauen, die gelben auch. Gelben kriege ich ja noch schlechter. Boah, jetzt ist ja gerade mein Problem. Ich kriege ja nur einmal in der Woche. So, mal schauen, wo das mich hinführt. Und da ist ein Schild. Jetzt sind wir hier. Hier führt ein Weg irgendwo hin zu einer Brücke in Anführungszeichen. Geht's hier weiter? Äh. Aha. Kohle. Nett. Okay. Was kann ich jetzt hier vor ein Eisenherzlager? Steinschneider, Steinvorrat. I see. Marmorsteinbruch. Marmorstein und Eisen bricht. Ich brauche zwei Holzkeile, um Steinvorräte zu holen. Das ist wahrscheinlich für Erz, das schätze ich jetzt einfach mal. Wenn ich nur jemanden hätte, dann nicht atmen muss. Wie wär's mit dem Totenkopf? Ah, jetzt gehen wir nochmal nach unten erkunden hier. Das ist dann schon ein bisschen catchy. Irgendwann muss das hier doch aufführen. Zerbrochenes Fass. Mach den Weg frei. Alles klar. Was bräuchte ich dafür? Zehn Kale zerplanken, vier Schläge. Oder whatever. Oha. Geiler Waterfall. Na gut, dann sind wir ja einmal rumgekommen hier. Das heißt, man müsste quasi... Entweder die Brücke wird hier repariert, oder ich muss das hier dran bekommen. Ist ja schnell gemacht. Weil hier ging es auch noch weiter nach oben. Und hier endet der Weg, oder wie? Einfach so. Nichts. Alright. Sehr gut. Dann würd ich mal sagen, passt das mit der Folge Graveyard Keeper mit diesem festem Shit? Schreibt eure Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Es ist eigentlich ein ganz nettes Spiel so für nebenbei. Wenn man keine Serie schauen will oder so. Aber wie immer, wenn es sich gefallen hat, hast du einen Like da. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.